Und zu einer neuen Aufnahme. Session Fall, Let's Play, Minecraft Mini bzw. Card Games und heute spielen wir mal, würde ich sagen, Party Games 2. Hört sich doch schön an. Ist auch gut, ich habe das einmal gespielt, damit ich wieder weiß, so grundlegend wie die Spielweise geht, bin ich aber noch nicht drin. Mal gucken, haben wir denn eine gute Verbindung? Wir haben eine gute Verbindung. Fünf Striche, das ist perfekt. So, das bedeutet für uns, also wir warten erstmal bei dieser schönen Musik, Freunde. Ich weiß, das ist Metroid Prime 2. Ich habe die Spiele, aber ich habe noch keine Möglichkeit, eine Gamecube oder überhaupt Konsolen aufzunehmen. Playstation und Xbox besitze ich ja nicht. Gamecube, weiß ich nicht, wie ich es aufnehme. Gut, Nintendo 64 geht, klar. Project 64. Das sollte über jeden bekannt sein. Die Simulatoren haben ja auch nichts Verboteres an sich. So, aber halt, die anderen kurz, ich weiß nicht, ob wir also eine Playstation 2, glaube ich, würde ich mir nicht mehr kaufen. Eine Playstation 3 wahrscheinlich auch nicht. Xbox One habe ich kein gewöhnliches Interesse dran. Vielleicht schon eher an der PS4. Da muss man mal gucken, ob man die aufnimmt. Aber für das GTA 5 Let's Play, was auf jeden Fall kommen wird. Ah ja, hier müssen wir den Kugeln ausweichen. Für das GTA 5 Let's Play werde ich auf jeden Fall die PC-Version nehmen. Also wir müssen hier einfach wirklich nur diesen Kugeln ausweichen und beim letzten Mal habe ich das ganz super hin geschafft, weil ich nicht wusste, was daran so schwer ist. Okay, die Schüsse werden natürlich immer schneller, das ist klar. Aber wenn man da jetzt nicht ganz dingig ist, dann fand ich das echt einfach. Oder hat jemand einen Zombie-Skinner? Echt schick. Seht ihr, und jetzt werden die auf... Ach du Kugel. Doch habe ich es dann tatsächlich nicht geschafft. Da habe ich noch vorher geholfen. Wo ist das? Guck mal, cool. Ach, der überlegt noch. Gucken wir jetzt das Schiff. Okay. Hier gucken wir jetzt nicht das Schiff. Doch, vielleicht können wir jetzt das Schiff mal angucken. Das ist schön, das ist sogar oben drauf. Ach, und hier, ja, 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 ja. Hier ist es einfach nur, man muss so lange auf dieser Plattform bleiben, wie es nur irgend möglich ist. Und da kann aber die anderen Leute runterschlagen. Hey. Ich finde ich ganz... Wow. Lustig. Nein. Wow, 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 da ist ein... Oh, nein. Wir wollten mich doch alle wohl veräppeln. Habe ich hier wohl gute Gegner, oder was ist los? Nein, 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 nein. Oder vielleicht... Oh, mit dem Ducken sieht es ganz gut aus. Aber das darf man wohl auch nicht durchgehend machen. Das sieht nicht so gut, wie man will. Wow. Kann das als, wenn man auf die Kaffee schliegt, da reduziert es die dann. Danke, da wurde ich wieder zurückgeschlagen. Wow. Ja, weil man natürlich auf die Kaffee getroffen wird, ist das natürlich ganz schlecht. Ah. Kacke. Kacke. Was müssen wir hier... Ach, hier müssen wir die Ziele da hinten treffen. Ja, ja, das sollten wir doch mal hinkriegen. Ich sehe mich als nicht allzu schlechten Schauschützen an. Okay, vielleicht treffe ich die dann nicht da hinten. Ah. Ah, guck mal, die drei Zombies. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das hier wichtig ist, dass die Pfeile voll aufgeladen sind. Ähm. Das ist wahrscheinlich auch nur die richtige Reaktionszeit entscheidend. Ah. Das ist doch alles blöd gerade. Ich treffe gerade wenig. Da versuche ich halt hier vorne welche zu treffen. Bin von den Punkten ja gerade nicht so begeistert. Das ist ja eher schlechter als rechts. Ach. Ne. Da bin ich nicht begeistert drüber. Was ist das? Ach, das ist ganz cool. Das ist ganz lustig. Hier müssen wir uns mit den drei Werken steigen und nach unten graben. Und halt immer das Richtige nehmen. Das kommt halt auf schnelle Reaktionen drauf an. Holz, Stein. Das ist... Ah, Stein. Holz, Stein. Okay. Ich weiß gar nicht, ob da noch weitere sind als die drei Lockarten. Das war doch eindeutig... Ah, kacke. Ah, da kommen wir mit der Hacke. Besser Vorrang. Ja. Schwachsinn, was ich da mache. Ah. Ja, ich konnte den Block gerade so schlecht erkennen. Ich denke mal, das war auch extra. Dass man den auch mal schlecht erkennen soll. Aber... Ich weiß... Ich kann nicht nach rechts gucken. Vielleicht könnt ihr das ja machen. Wow. Ich bin auf jeden Fall nicht Erster. Ich bin Zweiter anscheinend. Das gefällt mir sehr. Na ja. Oh Gott. Oh Gott. Das habe ich beim ersten Mal gar nicht gekonnt. Das ist so ein Flugrennen. Das hat bei mir irgendwie total... Keine Ahnung. Nicht gemacht, was ich wollte. Wow. Jetzt auch. Das macht nicht, dass er sich... Ich finde es so komisch. Das ist merkwürdiger. Ich weiß nicht, wo er es liegt. Wow. Oh. Nein, nein, nein. Okay. Dann fliegen wir halt da durch. Geht auch. Wow. Ein bisschen höher. Ein bisschen höher. Ich weiß nicht, ob man mich noch hört. Wegen der ganzen Hüner. Wow, 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 wow. Nein, nein, nein. Kacke. Jetzt war haarscharf dran vorbei. Ah, diese Flugsteuerung ist so kacke. Also das kann ich echt... Niemandem empfehlen. Nein. Kacke. Oh. Ei, 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 ei. Ich sehe schon die Ziermühle da hinten. Ich weiß nicht, ob das was so sein soll, dass das so scheiße ist. Aber wenigstens ist das hier noch. Hm. Ich weiß nicht, das ist so beschissen zu fliegen. Was ist denn hier? Ach, ja. Ja, ne. Eigentlich Survival Games, will ich jetzt so behaupten. Dass ich so reichen und so kann ich gar nicht. Ich glaube, jetzt wurde ich zum ersten Mal getroffen. Ach, guck mal, es sind... Ah, ich habe noch zehn, elf Punkte. Das ist natürlich nicht so schön. Ah, oh, ich habe jemanden umgebracht. Und da sind noch sechs Leute da. Fünf. Vielleicht kriegen wir ja einen Stern. Den wir jetzt ein bisschen raushalten. Das ist hier so ein bisschen wie... Wie heißt denn das? Polo. Polo ist so ähnlich. Hätte ich jetzt nur zu sagen. Und ich habe nochmal jemanden umgebracht. Ach, das fällt mir ja gar nicht auf, wenn ich das mache. Ja, jetzt haben wir dich. Jetzt haben wir dich. Jetzt geht es natürlich darum, in den Stern einzufahren. Kennt ihr die alten Ritterspieler früher mit dem... Auf dem Pferd? Das ist wenig, ne? Au. Nein, da bin ich gerade an einem Stern vorbei. Nein. Das ist natürlich schade, jetzt. Ach, scheiße. Mist, Mist, Mist. Ja, und das Pferderen, ja, das kann ich nicht. Das ist, ähm... Äh... Vielleicht versuchen wir in der Folge nochmal. Ich kann das nicht. Das Pferderen. Jetzt gerade geht es ganz gut, aber... Hier. Scheitere ich dann auch schon. Wie genau springe ich? Wieso bin ich in einem Block? Das sind hier Fragen, die ich... Ich... Keine Ahnung. Ich habe... Das ist... Das ist auch so kacke. Ich habe kein bisschen Ahnung, wie man reitet. In Minecraft. Ich finde das so beschissen. Das ist so kacke. Finde ich. Was ist das? Was ist das? Ja, ich... Weiß nicht, was ich hier machen muss. Ich wollte... Keine Ahnung. Ich drücke hier die Lerz. Das ist wie so ein Verrückter und... Passiert nichts. Das sieht ja mal ein schönes Gesicht. Ja, aber... Was bringt das? Also hier werde ich nie... Nie, 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 nie... Was einhausen. Nicht einfach... Nicht für... Gemacht. Das können wir eigentlich vergessen, quasi. Ich weiß nicht, ob das Pferd das nicht kann, oder? Das ist doch einfach kacke auch. So ein Pferdrennen. Ganz ehrlich. Er entwickelt ihn so ein Kack. Ich bleibe jetzt einfach hier stehen und warte ab. Während die alle vorbeirasen. Weil ich werde es eh nicht schaffen, Mann. Das ist... Aber wie machen wir das? Gehen, fahren, fahren, fahren. Und dann springen sie ja. Wenn ich hier... Es ist gar nichts. Das Spring für der 5 cm. Müssen wir mehrfach springen, oder was? Ich bezweifelt's. Ich drücke jetzt ganz auf die Lerz. Ja, passiert auch nichts. Mit so einem... Doppelsprung gehen auch nichts. Ja, das kann ich vergessen. Was haben wir da? Achso. Das ist Zerstören von Gegnern mit so Schweinsraketen. Finde ich ganz lustig. Das heißt, weil man... Da auch ähnlich wie in Dragon Balls... Äh... Ja, die ganze Welt auch zerstört mit... Ah, den... Den Fire Claws. Den Flare Claws. Gegen den haben wir uns jetzt gewandt. Das ist unser... Unser Erzfeind. Da. Den... 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 Dich, 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 Klinger. Dich, 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 Klinger. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Oh, da, ich... Ich kanny nicht... Das wird sich auch... Doppelkill. Das geht auch. Dich nicht schlecht. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Das war ein weiterer Doppelkill. Hier und dahinten. Da ist auch noch einer. Da sollte ich natürlich auch drauf achten. das ist gerade sim city 4 das ist natürlich auch schön hatte ich habe ich doch gesehen sehe ich doch kann ich doch auch von oben angreifen jersey haben wir getötet der ist schön wir sind nicht mehr erster aber so seit der lauf der zeit ich sehe auch fast keine gegner ist das problem ich halte ich mich mit dem auswählen natürlich kann man natürlich das ist jetzt eine liederlage der leopatra haben wir doch schon mal gehabt Ah, da hinten, da hinten Ah, immer noch nicht Ach, bin ich Zweiter geworden Immerhin Ach Gott, ja, hier, das ist auch ganz lustig Da müssen wir so viel Gras wie möglich mähen Ich weiß noch nicht Was da eine gute Taktik ist Mal gucken Ja, es geht hier ganz katzefix Mit dem Mäfergen Ich weiß nicht, ob man auch noch nicht hört Ich höre mich selbst kaum Das ist okay Ich weiß nicht, ob man auch noch nicht hört Ich höre mich selbst kaum Ich weiß nicht, ob ich ein Zweiter Und dann hier Oh, 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 oh Das geht jetzt wirklich schon gutter Das geht hier ganz, ganz schnell Oh Gott, oh Gott, oh Gott Oh Gott, oh Gott Jetzt finde ich kein Gras mehr Das Axel findet die Beiależy��kä de noch schlimmer an Hier natürlich aber Das ist ja natürlich auch Gas Oh, 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 ja, hey, ich bin Zweiter geworden Gucken wir mal Immerhin noch keine Top 3 Bewertung Aber Crafting Needed Items Och Gottes Willen Ja, das Kann ich nicht, weil ich die ganzen Rezepte Nicht weiß, ok Eisenbeine Ne, Diamantbeine Brauche ich, glaube ich, 5 Diamanten Für, oder? Ist das richtig, nein Brauche ich mehr Dann war das so Ah ja So, was muss ich jetzt Nächstes machen? Nochmal Oder wie? Scheiße, ich verstehe es noch nicht so ganz Ähm Ja, aber ich habe doch Ach so, da oben sind auch noch welche 5, 5, 5, 5 Ich habe keine Diamanten mehr Scheiße Ähm, was tue ich denn jetzt? Ähm Ich könnte noch ein paar Diamantchen brauchen Das könnte ich das hier nicht lösen Ähm, man, 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 man Ähm, Leute Ich kann hier keine Diamanten bilden Das ist jetzt gerade echt blöd Ähm, 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 ähm Ja, aber, also Ich soll Diamantenhosen herstellen Ja, aber wie? Ich habe ja gar keine So Ach Gott, natürlich Ähm, ja Also ich bin in dem Spiel Wie ihr seht, auch nicht so gut Was war das? Ach, brauche ich dafür Ah ja Ach Gott Vorher einmal hier reinwerfen So So So, aber den König dir geben Ja, und was? Diamanten, willst du noch? Ähm, 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 ähm Ne, Diamanten, kriegst du auch noch? Oder wie? Ein Iron Helmet Eins, zwei, drei Vier, fünf Muss ich brennen Muss ich da reinwerfen Und das machen wir Dann brauchst du noch vier Eisenbarren Wenn ich das richtig sehe Eisen Eisen, Eisen, Eisen Noch mehr Eisen Da oben ist bestimmt auch noch Eisen Was ich brauche Das gute Eisen Ich hoffe, ich kann hier jetzt keine Gesundheit verlieren Ähm, bbbb Ähm, natürlich Und Ist das Ist das richtig? Ähm, ein Ein Ofen Ein Ofen Den mache ich dir aus 8x Stein Da Aber es ist der andere Block Jetzt weiß ich doch gar nicht Huch Kann ich jetzt nicht sagen Aha Goldstiefel War das? War das? Was war das? So Ja Das war das hier Hör So Hallo Goldstiefel Irgendwas habe ich hier Äh Also das ist jetzt blöd Hm Ja, ich hab einen Stern bekommen Zumindest etwas Das ist ja was Bin vierter geworden Ach, eine ganze Folge haben wir hier verbracht Ich hab mal auf etwas Naja Witz sagen Wir machen Cut Bis zur nächsten Folge Und Tschüss